Es ist eingeladen zu einem wunderbaren Dossier. Wir verbinden die Nationalhymnen Russlands und der Schweiz. Und nun das Dossier. Der Schweizer Journalist Roger Köppel, Chefredakteur der Weltwoche, war nicht nur unterwegs mit Viktor Orban, nein, er bereiste auch ein weiteres Mal Moskau, sprach dort mit verschiedenen Persönlichkeiten, was, so denke ich, eine Menge Material abwirft. Er hat täglich beeindruckt von sich selbst gesprochen, sich dabei oft wiederholt. Für die heutige Ausgabe fasse ich mal die wichtigsten Aussagen aus einem Gespräch mit seinem redaktionellen Kollegen Roman Zeller zusammen. Das ist ein wenig strukturierter und soll uns einen ersten Einblick verschaffen. Das Interessanteste, das Auffälligste ist, dass in Moskau eine unbeschwerte sommerliche Stimmung herrscht. Man kann sich davon vielleicht nicht einen vollen Begriff machen, aber du siehst ja im Hintergrund flanieren die Menschen. Ich war auch an einigen Abenden draussen. Es herrscht eine Ferienstimmung hier, obwohl die eigentlichen Ferien erst in zwei, Ende Juli, also in gut einer Woche, Anfang August, losgehen. Denn der Krieg in der Ukraine ist sehr, sehr weit weg hier in Moskau. Inwiefern merkt man, dass sich dieses Land trotzdem im Krieg befindet oder merkt man gar nichts? Also ehrlich gesagt merkt man überhaupt nichts. Es ist auch auffällig, das ist vielleicht auch interessant, Moskau leuchtet geradezu. Also Moskau ist eine Stadt, wie wir das zum Teil in Europa gar nicht mehr so erleben, und was die ganze Aufgeräumtheit, die Sauberkeit angeht. Also wir haben uns ja daran gewöhnt, dass da Sprayereien an den Häuserwänden sind und so weiter, dass da eine gewisse Verwahrlosung des öffentlichen Raums stattfindet, eine Versiftheit. Das ist hier überhaupt nicht zu beobachten. Jetzt werden natürlich die Skeptiker und die Kritiker einreden, ja typisch, das ist natürlich ein autokratischer Staat, das ist ein Gefängnis, aber so fühlt sich das hier nicht an. Und ich habe ja auch mit einigen Akademikern, Professoren, auch Politikern schon gesprochen, das geht noch weiter die nächsten Tage. Wir sind gespannt, liebe Versiffte und Versifftin Tonton, zu Dmitri Pieskov, zur Stimmung in Russland. Sehr sachlich, vielleicht etwas melancholisch zum Teil, eine gewisse Fassungslosigkeit. Man hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass dieser Krieg, oder wie Sie einige auch sagen, diese Militäroperation, ja keine totale Mobilmachung der Gesellschaft und der Streitkräfte bedeutet, dass das im Westen gewissermaßen zum Anlass genommen wird, um die Russen jetzt insgesamt an den Pranger zu stellen. Ich habe gerade jetzt vor unserem Gespräch mit dem obersten Presseoffizier von Wladimir Putin gesprochen, mit Herrn Pieskov, der ja bekannt ist, der Sprecher des Kreml. Und er hat mir auch gesagt, das sei für ihn etwas vom Verblüffendsten, was er jetzt da mitbekommen habe in den letzten zweieinhalb Jahren, wie fundamental hier sozusagen eine Wand gegen die Russen aufgezogen worden sei. Und alle ihre Bedenken, ihre Argumente, das würde gar nicht gehört, das würde zurückgewiesen. Und das spürte er wie in fast einer gewissen Verzweiflung, weil er hat mir gesagt, ich habe jetzt in meinem ganzen Berufsleben in den letzten 10, 20 Jahren alles versucht, um die Beziehungen zwischen Europa, zwischen Amerika, zwischen Russland zu optimieren. Aber man hat das in den Wind geschlagen. Man hat da einfach die eigenen Interessen immer weiter nach vorne geschoben und unsere Bedenken wurden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, wurden ignoriert. Und da war schon eine gewisse Frustration unverkämmbar. Wie ist Dmitri Pieskov? Er kommt ja aus einer Diplomatenfamilie, hat sich intensiv mit der Türkei auseinandergesetzt. Ich glaube, er ist sogar in der Türkei aufgewachsen. Er spricht hervorragend englisch. Er ist ein zutiefst westlicher, europäischer Mensch, der natürlich mit grossem Bedauern feststellt, dass er, seine ganze Familie, da auf Sanktionslisten gelandet ist. Das hätte er sich nie vorstellen können. Ich habe das Gespräch mit ihm jetzt als sehr, ja, auch sachlich empfunden. Und nicht in dem Sinne emotional, auch nicht hatte ich das Gefühl, einen Propagandaminister vor mir zu haben, der mich da mit irgendwelchen Parolen eindeckt. Sondern, ja, wir haben uns auch über Defizite vielleicht der russischen Kommunikation unterhalten. Warum es den Russen nicht gelungen ist, ihren Standpunkt besser herüberzubringen. Das waren so die Themen. Gab es Selbstkritik? Also ich glaube, der Hauptfokus liegt in dem Sinne nicht bei der Selbstbekrittelung oder bei der Selbstkritik. Was nicht heisst, dass es keine Selbstkritik jetzt gegeben hätte. Aber ich glaube, man hatte schon stärker noch das Bedürfnis gespürt, einmal den russischen Standpunkt darzulegen und einfach zu sagen, schaut, wir wollten nie in die Ukraine einmarschieren. Das war nie unser Ziel. Wir möchten auch nicht Europa angreifen. Wir sind keine Bedrohung für den Westen. Aber wir haben ungelöste Grenzprobleme. Es gibt Minderheitenprobleme in der Ukraine. Und vor allem stellen wir fest, dass die NATO, dass die Vereinigten Staaten von Amerika graduell ihren Machtbereich, ihre militärische Kraft, ihre ganzen militärischen Potenziale immer weiter an unsere Grenzen geschoben haben. Sie haben Atomraketenstationen gebaut in Polen, in Rumänien. Das sind zwar auf dem Papier Abwehrraketen, Nukleare, die dort aufgestellt werden. Aber man kann natürlich diese Einrichtungen über Nacht in Angriffsstellung bringen. Man hat uns gesagt, das sei nicht gegen Russland gerichtet, das sei gegen den Iran gerichtet. Aber da haben ja die Amerikaner einen Vertrag gemacht mit dem Iran, einen Atomwaffenausstiegsvertrag gewissermassen. Und diese nuklearen Raketen stehen immer noch in Polen und in Rumänien. Also der Eindruck ist, dass man vom Westen über den Tisch gezogen wurde, von den Amerikanern über den Tisch gezogen wurde. Und die eigene Kritik oder die Selbstkritik bezieht sich dann vielleicht darauf, dass man sagt, wir haben unterschätzt, wir waren naiv, wir waren zu gutgläubig. Wir haben hier immer wieder versucht, auf diplomatischem Weg eine Lösung zu finden, bis es nicht mehr anders ging. Und jetzt hat man Mühe, die eigene Botschaft nach vorne zu bringen. Also mir hat zum Beispiel Herr Peskov gesagt, das sei unglaublich. Diese PR-Maschine der Vereinigten Staaten von Amerika, das sei eine unglaubliche Macht. Und da kommen sie einfach nicht rein und hätten die Gelegenheit, einmal ihre Seite der ganzen Entwicklung darzustellen. Da spürt man eine gewisse Ohnmacht. Aber ich habe nicht gehört, dass jemand gesagt hätte, also dieser Einmarsch in die Ukraine ist ja jetzt ein Kapitalfehler gewesen. Ich habe mit dem Chefredaktor auch gesprochen, der grössten Wochenzeitung von Russland. Argumente und Fakten, die haben eine Auflage von über zwei Millionen Exemplaren. Die haben sogar mal im Guinness Buch der Rekorde Eingang gefunden, weil sie die grösste Auflage weltweit einer Wochenzeitung hatten. Und er hat mir gesagt, am Anfang sei man schon etwas schockiert gewesen durch die Eskalation, durch diesen Knall. Aber wenn er abstelle auf seine Leser, und er schaue sehr auf die Leser, was die denken, und auch auf die Redaktion, dann müsste man sagen, dass heute sicherlich eine grössere Zahl von Russen, auch unter den Journalisten, hinter dieser Militäraktion stehen. Sie sehen sie als eine Art Verteidigungsmassnahme, eine leider unausweichliche und notwendige Verteidigungsmassnahme gegen den Vormarsch der Amerikaner in Europa, in der Ukraine gegen Russland. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Es ist tatsächlich ein sehr grosses Bedauern, vor allem auch darüber, dass die Europäische Union sich dermaßen habe, von den Amerikanern sozusagen fremdbestimmen, fernsteuern lassen. Das hat vor allem auch Herr Peskov, hätte er das nicht für möglich gehalten. Er hat gesagt, es fehlt hier offensichtlich an gewichtigen politischen Persönlichkeiten. Wir hatten immer schon Spannungen mit Europa. Man hat uns zum Teil nicht alles gut gefunden, was wir machen. Aber früher war es so, dass es noch Politiker gab in der Europäischen Union, die hätten da die Amerikaner etwas abgemildert und hätten versucht, eine gewisse Balance zwischen den amerikanischen und den russischen Interessen herbeizuführen. Das wird in der wertewestlichen Zwangsjackensekte als Einheit beschrieben werden. Was meint Ruschiköppel, gibt es Gespräche zwischen Russland und den USA im Hintergrund? Nein, nein, diese Gespräche finden sicher statt. Ich glaube, da gibt es schon auch militärische Absprachen, über die man in der Öffentlichkeit nicht so hört. Ich habe verschiedentlich schon Berichte darüber gelesen. Ich habe mit ihm eigens darüber nicht gesprochen. Aber natürlich halten sie sich da gegenseitig auf dem Laufenden, weil ich glaube tatsächlich, dass nicht ein Interesse besteht, bei Russland hier eine grosse Eskalation herbeizuführen. Es ist eine sehr explosive Lage. Wir befinden uns da haarscharf an einer direkten, offenen, ausgesprochenen Konfrontation zwischen der NATO und Russland. Das ist ja sozusagen der Stoff, aus dem Atomkriege gemacht werden können. Und da gibt es sicher Absprachen, es gibt sicher Verbindlichkeiten. Aber man muss sehen, aus Sicht der Russen, aus Sicht von Peskov ist es so, dass der Westen eigentlich immer noch ein Brick genachlegt. Es kämen immer präzisere, immer hochwertigere Waffen hier zum Einsatz. Er hat mir auch gesagt, dass die Ukrainer also keine Unterscheidung treffen zwischen zivilen und militärischen Infrastrukturen und Zielen, während sie das machen würden. Bei uns natürlich wird genau das Gegenteil geschrieben. In den Medien, da streiten die Russen dann wiederum ab und die Ukrainer behaupten das Gegenteil. Aber eben aus russischer Sicht ist es so, dass diese Waffen, diese Eskalationswaffen aus dem Westen benutzt werden, um zum Beispiel in Belgorod, also da in der bereits südrussischen Gegend gegen die Grenzen der Ukraine zu, dass dort eben solche Waffen dann eingesetzt werden, um eine Art auch Eskalation auf die Zivilbevölkerung zu betreiben. Richtig die Frage nach einer Linie, nach einer roten Linie der Russen. Dieses Thema hat man immer etwas umkurvt. Also man hat nicht explizit gesagt, wenn das und das passiert, dann machen wir das. Also das ist vermutlich auch in so einer Situation unvermeidlich. Du legst ja deine Karten nicht auf den Tisch. Aber die grosse Gefahr und auch das grosse Missverständnis besteht natürlich darin, dass die westliche Seite das dann wiederum als Schwäche auslegt und der Auffassung ist, ja, wir können ja immer noch eine Schippe nachlegen. Die Russen machen ja sowieso nichts. Das ist, glaube ich, die Fehlüberlegung, die Fehlkalkulation. Sie können eine Nuklearmacht nicht besiegen auf dem Schlachtfeld. Denn je mehr sie ihr zusetzen, desto gefährlicher wird es für einen selber, weil dann die Neigung natürlich immer näher rückt, Atomraketen einzusetzen. Ich werde morgen sprechen mit Sergej Karaganov. Er ist ein ganz einflussreicher Intellektueller, ein Berater, auch einer, der genau zu dieser Frage sich geäussert hat. Einmal in einem Aufsatz vor einiger Zeit hat er gesagt, Russland müsse durch den Einsatz von taktischen Atomwaffen der westlichen Seite wieder in Erinnerung rufen, was eigentlich die Funktion von Atomwaffen sei, nämlich ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen. Das Gespräch mit Sergej Karaganov ist mittlerweile veröffentlicht. Hörer der Audiodatei kennen diesen Mann. Ich hoffe, die deutsche Übersetzung folgt noch notfalls in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche, die ich mir dann wohl kaufen muss, damit ich das hier weitergeben kann. Hören wir ihn aber mal im Original. Die europäischen Eliten wissen nicht, was sie tun. Die europäischen Eliten wissen nicht, was sie tun. Sergej Karaganov, nehme ich in der Regel als recht eitel, war hier im Interview sehr uneitel, reckt er seinen Bauch ins Bild. Sehr spannend, ich hoffe, dass ich davon mehr weitergeben kann. Wen wollen Sie lieber, in Russland, die Demokraten oder Trump? Man hält sich, glaube ich, eher zurück, da etwas mit Einschätzungen. Tendenziell liegt die Sympathie der Russen schon eher, eher auch bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bei einem Donald Trump. Sie sagen, der ist irgendwie pragmatischer. Der andere, da wissen wir gar nicht, wer wirklich das Zepter führt in den USA. Trump hat sich auch schon respektvoll geäußert. Aber, was eben auch nicht vergessen werden darf, das hat mir mehrfach bestätigt worden, zum Beispiel ein sehr interessanter Mann, ein früherer Geheimdienst, sehr wichtiger Geheimdienstmann im Ausland, der heute in Russland wieder tätig ist, der an den besten amerikanischen Universitäten studiert hat und jetzt auch hier als Dozent wirkt in Moskau. Er hat mir gesagt, wissen Sie, wir müssen das gar nicht so kompliziert anschauen. Das ist ein klassischer geopolitischer Konflikt. Und die Vereinigten Staaten haben sich in den letzten 30 Jahren daran gewöhnt, allein zu regieren. Aber andere Mächte, China, auch Russland, die sind stärker geworden nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Und die nehmen jetzt nicht einfach die Befehle aus Washington entgegen. Und die Amerikaner haben Mühe, wie früher die Briten, als sie ein Kolonialreich hatten, gewissermassen die Wünsche, die Interessen dieser Länder ernst zu nehmen. Man glaubt, man sei der Chef und man könne alleine bestimmen. Und wenn dann eben diese neuen Mächte oder diese alten Mächte eine Renaissance erleben, stärker werden, ja dann stossen sie irgendwann mit dem Platzhirsch zusammen. Und genau das sehe man jetzt in der Ukraine. Also da ist auch eine gewisse, wie soll ich mal sagen, eine geopolitische Sachlogik, eine Unvermeidlichkeit dieses Krieges zu erkennen. Und auch die Einsicht, dass das jetzt sozusagen, so schlimm es ist, eine Art wie notwendige Auseinandersetzung ist, die ausgefochten werden muss. Weil anders auf dem Verständigungsweg, auf dem diplomatischen Weg sei man gescheitert. Da habe man von den Russen nie, nie ernst genommen und ihnen auch nie die Zusicherung gegeben, dass eben man respektiere, dass in der Ukraine keine NATO stattfinden könne. Ich habe dann gefragt, ja bei den Finnen und bei den Schweden, da habt ihr ja jetzt auch nicht sozusagen das ganz grosse Theater gemacht mit dem NATO-Beitritt. Und das ist ganz etwas anderes. Denn mit der Ukraine haben wir ungelöste Minderheitenprobleme. Wir haben seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991, haben wir im Osten ungelöste Grenzprobleme. Ein zerrissenes Land. Und deshalb sei die Situation da speziell und besonders gefährlich. Und natürlich vergessen wir nicht, die Ukraine war das Einmarschgebiet der Wehrmacht im letzten Weltkrieg mit insgesamt dann nachher 26 Millionen Toten Sowjetmensch. Ursprung aller russischen Sicherheitsdoktrinen und richtig der Verweis auf Schweden und Finnland. Hier gibt es weder Gebiets- noch Bevölkerungsprobleme. Welches Verhältnis wünschen sich die Russen zum Westen? Mehrere haben mir gesagt, es gäbe jetzt eine Art Konflikt, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Ordnungsvorstellungen. Auf der einen Seite die sogenannte regelbasierte Ordnung der Amerikaner. Das heisst, die Amerikaner machen die Ordnung, machen die Regeln und diese Regeln sind dann zu übernehmen. Und zwar nicht für alle Länder die gleichen Regeln. Bei gewissen Ländern gelten die Regeln, bei anderen gelten die Regeln. Und das sind auch Regeln, die an Landesgrenzen nicht Halt machen, die dann unter Begriffen wie Menschenrechte und so weiter, Civil Society, gewissermassen als Beeinflussungs- oder regelrecht, auch als Infiltrationswege benutzt werden. Also ein Verständnis, dass die Welt so sein muss wie die Vereinigten Staaten von Amerika und alle, die das machen und sich so organisieren wie die Vereinigten Staaten von Amerika, auch inländisch, inwendig, die werden akzeptiert. Und gegen das stellt man ein anderes Modell, das ist vielleicht eher das klassische Modell der Machtbalance, des internationalen Rechts gleichberechtigter, souveräner Staaten, die sich respektieren, die auch das Recht eines jeden Staates akzeptieren, einen eigenen Weg durch die Geschichte zu gehen, seine inneren Verhältnisse so zu organisieren, wie das aufgrund der Geschichte, aufgrund der jeweiligen Situation gewünscht wird. Lösungsansatz für die Ukraine. Ja, also die Russen haben ja ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt, Präsident Putin hat das ja gemacht, er ist nicht dafür, für das, was Ministerpräsident Orban gesagt hat, dass man zuerst mal einen Waffenstillstand macht und dann verhandelt. Das hat die russische Seite, das haben wir schon einmal gemacht, 2015, 2016, mit den Verträgen von Minsk, damals wurde uns auch zugesichtet, wir hatten ja damals auch schon militärische Auseinandersetzungen, die Russen hatten die Oberhand, dass wir uns da zurückziehen sollen und dass man jetzt diesen Vertrag macht. Aber die Ukrainer hätten, die Ukrainer bestreiten das natürlich und behaupten das Gegenteil, aber die Ukrainer hätten sich nicht daran gehalten, vor allem hätten sie auch jene Autonomierechte, da dem Donbass-Gebiet nicht zugestanden. Moskva, Odessa, sicher kein Zufall, Wladimir Wisotsky, Hoffnungen, Realitäten. Russland ist natürlich nicht einfach nur Moskau, aber wenn man sich in dieser Stadt umblickt, dann hast du das Gefühl, ich sehe überall Bauchränen, ich sehe überall Tätigkeit, das boomt, weil natürlich ein so grosses Land, wenn da ein Teil des Weltmarktes sich abnabelt, auf sich selber zurückgeworfen wird und dann innovativ werden muss und eben nicht einfach nur Erdöl und Rohstoffe verkaufen kann. Also die Sanktionen schwächen Russland sicher, aber sie zwingen Russland nicht in die Knie. Und militärisch sehen wir ja auch, dass es nicht aufgeht. Und diese Fakten, diese Wirklichkeit, die setzt sich durch und ich glaube, man sieht das schon. Man sieht das an Meinungsumfragen, man sieht das auch an Wahlergebnissen, man sieht das an den Europawahlen, man sieht das daran, dass in den Vereinigten Staaten jetzt dann vielleicht mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit ein Präsident zurückkehren könnte, der während seiner Amtszeit keine solchen Kriege hatte. Abschliessend Optimismus. Ich bin eigentlich optimistisch hier jetzt in diesen Gesprächen. Ich bin auch, mich beeindruckt hat, ist eben die relative Belassenheit, die auch nach wie vor grosse Bereitschaft zur Freundlichkeit und zur Freundschaft mit dem Westen, mit Europa, die ich hier wahrgenommen habe, auch die letztlich überall übereinstimmende Meinung, dass man diesen Krieg in der Ukraine beenden will, dass man das nicht als Vorstufe von etwas Größerem betrachtet, wie das bei uns propagandistisch dargestellt wird, um natürlich diese enormen Waffenlieferungen, die Kosten und auch die wirtschaftlichen Schäden zu rechtfertigen. Das ist ja das Problem des Westens, dass natürlich dieser Krieg auch bei uns grosse Schäden anrichtet. Wie kannst du da die Leute bei Laune halten? Ja, indem du einen Sündenbock kreierst, das grosse Feindbild Putin, der mittlerweile ja fast schon, hat man das Gefühl, mit Hitler auf einer Stufe steht. Und das sind keine nachhaltigen Argumente. Ich vertraue also auf die Vernunft letztlich der Menschen, auf den Common Sense, dass sich hier die Interessen wieder durchsetzen werden. Mit Friedenswunsch die Nationalhymne zusammengeführt. Wer hat es erfunden? Hä? Die Schweizer. Unser Dossier. Und liebe Köche, verwechseln Sie nie Ricola mit Rucola. Schlapp gemacht mit nur 70 Jahren Evelyn Thomas, High Energy, 1985 Nummer 1 in Deutschland und auch Gast in der DDR-Fernsehsendung rund FDJ-Jugendobjekt. In der Regel wurden ja Newcomer oder Künstler zu uns geschickt, die die Top Ten verfehlt haben. Bei Evelyn Thomas war es etwas anderes. Sie war damals auch schon eine gestandene Musicalsängerin. Einen Pop-Hit hatte sie nach High Energy nie wieder. Uns mangelt es heute an Energie. Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen. Was wir haben, ist der Taurus. Der aber ist noch nicht geliefert. Das ist richtig. Dafür bekommt Wladimir Zelenskyy Lob und das aus dem Kreml. Die dpa berichtet, Kreml lobt Zelenskyy und wartet den neuen US-Kurs an. Hunderten von Thank you sind nicht hunderten von Taurus. Zelenskyy hatte in einem Interview mit der BBC gesagt, auch mit Wladimir Putin sprechen zu können, obwohl er das eigentlich selbst per Dekret ausgeschlossen hat. Darauf Kreml-Sprecher Pieskow, dies ist sicherlich besser als Aussagen, dass jegliche Kontakte mit der russischen Seite und mit dem russischen Staatschef ausgeschlossen sind. Natürlich ist es viel besser, in dem einen oder anderen Ton von Dialog zu reden, als über die Absicht zu sprechen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Give us credit! Da fehlt wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel. Der Kreml meldet ukrainische Drohnenangriffe auf die Krim. Daniel L. Davis, ehemaliger Oberstleutnant der US-Armee, meint, ein drohender Zusammenbruch der Front erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Staatsstreichs in der Ukraine. Er befürchtet, Soldaten würden Zelenskys Befehle verweigern. Er erklärt sich im YouTube-Podcast Deep Dive. Die ukrainische Vizeministerpräsidentin Stefanichina während einer Pressekonferenz auf dem Fernsehsender MyUkraine. Forderungen, auch aus Europa die Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine einzuhalten, wären destabilisierend. EU-Chefdiplomat Borrell, er habe die Hoffnung bereits verloren, dass Ungarn Mittel aus dem Europäischen Friedensfonds zugunsten von Waffen für die Ukraine freigibt. Welch Widerspruch aus einem Friedensfonds Waffen. Der polnische Außenminister fordert eine EU-Zusage für Kiews Angriffe auf Ziele in Russland. Bulgarien will überschüssige Munition an Kiew liefern. Die Kosten für das illegale Passieren der ukrainischen Grenzen sind beträchtlich gestiegen. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Straner. Auf nach Sachsen. Hier meldet der Tagesspiegel Proteste gegen Boris Pistorius. In Leipzig wurde er als Kriegstreiber und Heuchler beschimpft. Linksradikale Aktivisten werden die benannt, die das taten. Genannt werden das Bündnis Sarah Wagenknecht, auch die DKP. Beschrieben, Transparente, Stopp NATO, Nein zur NATO. Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag. Verärgert ruft Pistorius, wenn das die Zukunft unserer Demokratie ist, dann gute Nacht. Einen Mann als Kriegstreiber zu bezeichnen, der die Kriegstüchtigkeit herbei brüllt, ist natürlich völlig unangemessen. Auch in Stralsund sah man ihn kritisch. Ich erinnere an Ronny Poge. Unser Kriegsminister Pistolero forderte, dass die Deutschen kriegstüchtig werden. Es ist wirklich zu hoffen, dass alle, die das infolge völliger Geschichtsvergessenheit kritiklos mittragen, ordentlich mitzubezahlen haben. Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen. Zumindest mit der Aufgabe vulgären Konsumismus. Keine Angst, für ein Bier wird's wohl noch reichen. Die Tagesschau berichtet, dennoch Hopfen und Malz verloren. Seit Jahren sinkt der Bierkonsum. Warte mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Auch Tagesschau, alkoholfreies Bier wird zu Massen getränkt. Für Klo gibt es auch ein anderes Wort. Toilette nämlich. Heute von Westenschau Gewitter stark Regen, ab morgen wieder schöner, ab Wochenende unbeständiger, unsicher geht es in den August. Wie ist das? Vielen Dank.